hallo willkommen zu meiner ersten folge star citizen ja 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 alles schick 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 heute besuche ich zum ersten mal ich hoffe es wird geil los geht's schnapp uns ein schiff fliegen und natürlich werden wir nach kursaida fliegen muss es natürlich ein schiff und kursaida sein oder wir haben momentan hier im pdu alle schiffe zur auswahl wie es aussieht herkuliskite hochnehmen habe ich nur hier star schön in der grünen farbe hier ok los so ok da da viel ich finde ich noch für viele musik so viel zeit im vorstuhl für bringt bis zum glühen hier was ich gesehen habe was anscheinend wieder funktioniert was geiles ist die was das denn die roten farben für die nomad und die freelancer wieder gehen die Das ist eine Bedeutelung. Nice, nice! Handlebein! Sieg es so viel, ne? Ich bin da noch ein Start, Mama. Okay, schauen wir mal. Das war kurz nach Crusader. Das war kurz nach Crusader, aufladen. Hey, Nagy. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, ob unser Spiel abkannt, oder nicht? Ein Crusader ist wohl ziemlich ressourcenlastig. Man rechnet auch nicht viel. Quantum travel complete. Quantum travel? Okay, we're going to go. Cool. 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 Quantum travel complete. Cool. 20km. Full speed. Okay, aber jetzt erkennen wir schon was. Ich kann auch nochmal ran springen. Nee, kann ich nicht. leurs Be泡 sein. Wining! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich bin hier Okay. 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 Lockt? Hm, offenbar darf ich da nicht rein. Ratschenlatscher, Ratschenlatscher! Guck mal, wo wir hier hinkommen. Ich hab keine Ahnung. Wirklich zum ersten Mal hier. Ich hab mich auch noch nicht spoilern lassen. Wie irgendwo und was? Kann man da runterfallen? Bestimmt, oder? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Vielen Dank. 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 Joey, Vielen Dank. 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 Ja, ja, geh schon mal vor, was essen. Ja, geh schon mal. 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 Ja, geh. Ja, geh. Ja, geh. Ja. Okay, weh-weh-weh-weh-weh-weh-weh! Good purchase. Ich höre gar keine Rüstung. Hey, aber das ist nicht das Boot, oder? Ja, schon besetzt. 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 Ja, ich kann nicht kaufen. Ja, schon besetzt. 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 Wie? Ja, schon besetzt. Ja, schon besetzt. Ja. Untertitelung. BR 2018 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 Purchase. Hey, lass mich wissen, ob es irgendwas gibt, was ich dir mit helfen kann. Ich will so ein Modellschiff kaufen! Komm zurück! Nein, ich komme nicht zurück! Tschüss! Wohin habe ich so lange getan? Nein, ich komme nicht zurück! 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 Die nächste Shuttle ist über die Station. Das war die Passage. Die Shuttle ist über die Entfernung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020